hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge transport fifa 2 schönbau hier auf meinem kanal baisenstil und in der heutigen folge befinden wir uns wieder in schwanstein und zwar in dem neuen streckenabschnitt also von naumburg richtung großhechtingen das ist sozusagen die neue strecke in den süden und da hatte ich ja in den letzten folgen schon den abschnitt saaleck gebastelt und so ein bisschen umland und genau dort geht es jetzt auf der strecke weiter als allererstes habe ich mir hier mit den dammbauelementen einen bahndamm geschaffen damit sozusagen die strecke zum fluss nicht absackt und genau auf der anderen seite habe ich das dann auch noch verwendet und beim groben betrachten von etwas weiter oben dachte ich mir dann dadurch dass der höhenunterschied zur straße nicht ganz so groß ist wie zum fluss dass es dann vielleicht dort doch etwas übertrieben gewesen ist und habe dann da auch wieder ein stück weit das ganze abgerissen ja also ist das manchmal wenn man was gebaut hat und dann noch mal von etwas weiter weg oder oben guckt kann man dann auch schon mal merken dass das vielleicht etwas übertrieben ist in dem fall war es ebenso und da habe ich das dann kurzerhand auch einfach wieder abgerissen so dann kommen wir hier auch schon zu der brücke auch da habe ich wieder versucht das ganze so ein bisschen individuell zu gestalten dass wie gesagt nicht jede gleich aussieht das wollte ich ja auf der strecke machen bzw dann später auf der bergstrecke auch dass dort immer unterschiedliche brücken teilweise auch im eigenbau entstehen werden da muss ich dann mal sehen inwieweit ich die individualität behalten kann hier in dem fall habe ich zwei große bögen und einen kleinen bogen in der mitte verwendet und das wirkt dann auch schon ganz gut so dann wird hier auch schon angefangen das ganze zu begrünen gerade zur uferseite wird hier schön mit bäumen und büchen gearbeitet dass das alles schön blickdicht ist sage ich mal und dass wenn man jetzt mit einer führerstandsmitfahrt dort vorbeifährt eben wirklich das gefühl hat dass dort viel bewuchs ist und deswegen habe ich das dann an der uferseite auch wirklich schön vollgepackt auch immer wieder so ein bisschen mit lücken dazwischen dass dann halt trotzdem der fluss immer wieder zum vorschein kommt und ich denke so in dem stil ist es dann schon auch am realistischsten sage ich mal auch hier dann wieder so ein bisschen mit details noch gearbeitet nachdem ich die bäume gesetzt habe einfach noch so ein paar büsche platziert und dann mit den texturen dort auch noch mal so ein bisschen rumgespielt und so kann man dann wirklich sehr gut und sehr schnell eben auch einen bereich füllen so sieht das ganze dann in dem stil aus dann habe ich hier in dem kleinen überland abschnitt einfach noch so zwei drei häuschen platziert es ist jetzt kein richtiges dorf aber es ist halt auch bewohnt und ist halt auch so ein bisschen abseits von dem von den ganzen städten und dörfchen also ist halt wirklich nur so ja also weiß ich jetzt gar nicht ob das vielleicht mit zur gemeinde naubenberg gehören wird oder ob das noch mal irgendwie eine separate kleine dörfchen darstellen soll das muss ich mir dann noch mal überlegen insgesamt habe ich hier glaube ich auch noch keine bus haltestelle gemacht ich habe ja mir so eine buslinie hier in dem video auch angelegt das werden wir dann auch gleich noch sehen kann ich jetzt gerade gar nicht sagen ob ich hier auch eine haltestelle platziert habe das wäre natürlich an sich von der streckenanbindung gut denn die leute müssen ja auch irgendwie mit den öffentlichen irgendwo hinkommen aber das weiß ich jetzt gerade nicht muss man mal im verlauf des videos noch mal schauen als erstes habe ich dann hier auch das umland um diese häuschen da noch ein bisschen ausgestaltet also gerade so was die texturen angeht da einfach so ein bisschen eine wildwiese aufgepinselt mit so ein paar blümchen also da macht sich dann auch immer gut die monen textur und die kamille textur und dann gibt es da auch noch so eine butterblumen textur die dann eben dort in also gemischt sehr gut wie so eine obstwiese bzw wie eine wildwiese meine ich wirkt wenn man dann sage ich mal noch so zwei drei verschiedene grastexturen dazwischen pinselt also man helle manne dunkel dann wirkt das ganze schon sehr sehr gut und so kam das ganze dann hier eben auch zum finalen schliff was jetzt hier auf der strecke auch noch komplett fehlt ist die oberleitung man sieht seit hier auch im video jedes mal ich habe dann für den screenshot den ich mir herausgezogen habe für das thumbnail unter anderem beziehungsweise auch ich mache immer mal so ein kleines artwork für steam oder für den transport forum da habe ich mir dann hier so ein kurzes stück auch mit oberleitung versehen ich weiß noch nicht genau wann ich das machen werde weil es ist dann doch relativ zeitaufwendig aber in naher zukunft muss es dann doch passieren denn auch im bereich schwanstein ist damit oberleitung noch gar nichts passiert und deswegen muss ich das projekt auch demnächst mal angehen ich werde es dann denke ich mal abschnitt für abschnitt jetzt so ein bisschen mit auf dem schirm haben und dann am ende einfach noch mal so ein bisschen überarbeiten so um dann eben auch hier noch mal so ein bisschen ländliche strukturen hier in das umfeld zu bringen habe ich dann hier einfach auch noch so ein paar feldwege erst mal angelegt und dann das ganze mit verschiedenen texturen bepinselt also ackerboden maisfeld weizen und so weiter man kennt diese typischen texturen sozusagen und ich finde das macht sich dann auch immer gut um dann halt auch schnell einen großen bereich sozusagen zu füllen und so geht es dann auch relativ fix von der hand und man hat dann halt schnell fläche gestaltet und es passt dann halt auch wirklich richtig gut auf diese überland strecken die zwischen den dörfern sozusagen entlang gehen das macht dann halt schon ein richtig richtig rundes bild sage ich mal und ja im groben und ganzen ist es jetzt ja in dem video auch also zuerst in dem ersten bereich jetzt hier die begrünung sage ich mal von den verschiedenen flächen da kann man wirklich auch viel mischen und sag ich mal sich ausprobieren gerade so mit der anlegung von so wäldern und bäumen kann man sich auch viel aus der realität holen sage ich mal wie das so ungefähr aussieht damit das jetzt nicht so überladen halt auch wirkt ich versuche dann auch das eher so ein bisschen punktuell auch zu setzen denn so kriegt man dann halt auch wirklich ein stimmigeres bild als wenn man jetzt großflächig mit dem pinsel dort sind die ganze fläche mit wald voll füllt denn das wirkt dann halt auch schnell zu überladen finde ich zumindest ja so gerade wenn dann auch die bäume teilweise alles nur eine sorte ist ist es dann halt auch irgendwie ein bisschen komisch deswegen versuche ich das dann hier halt auch punktuell einfach ein bisschen zu mischen sowie die texturen also sage ich mal mit bisschen die stärke vom pinsel sozusagen runterschrauben und dann einfach mit einer dunklen oder einer hellen textur über die normale wiese noch mal drüber gehen dann kommt das sage ich mal auch besser was man auch noch machen kann wenn man jetzt zum beispiel nord und süd hangen von bergen hat zum beispiel kann man dann dort auch die eine seite mit einer dunklen textur und die andere seite mit einer hellen textur und so entsteht dann eben auch der eindruck dass die sonne auf den auf die eine hangseite eben auch länger bzw stärker scheint und das gras dort eben etwas grüner ist als eben die schattenseite ja dann kommen wir auch jetzt hier schon zum zweiten teil des videos und zwar habe ich dann hier angefangen genau auf der gegenüberliegenden seite dort eine burg oder ist zumindest geplant in der burg anzulegen ich habe dann hier als erstes die infrastruktur ausgebaut sprich eine landstraße gezogen auch hier mit einem kleinen bahnübergang das wird dann sage ich mal auch noch später ausgebautes streckennetz ich habe es jetzt erst mal nur so angeschlossen dass man von der stadt mit einem pkw dort bis dorthin fahren kann ich muss dann auch mal sehen dass ich dort vielleicht noch so eine art imbiss oder lokalität erschaffe wo dann eben doch sage ich mal personen und sims dort verkehren können und dann eben dort beispielsweise ein ausflug hin machen unterhalb habe ich dort die etwas größere landstraße benutzt dann dort wie so eine buswendeschleife noch eingebastelt und danach geht es etwas schmaler weiter und oben auf der spitze des berges dann eben noch so diese burgstraßen das ist eine etwas größere burg geworden ich wollte halt auf jeden fall dass man das auch aus dem zug aussieht ich habe dann immer mal geguckt ob man das dann auch von der strecke her sieht und das kam auf jeden fall schon ganz gut hier in naumburg habe ich dann auch noch ein bus terminal angelegt um dann eben auch diese überland busse richtung der dörfchen zu schicken die jetzt nicht von der bahn angefahren werden das ist dann hier so ein ganz simples so eine ganz simple geschichte geworden einfach hier eine busstation dann habe ich hier auch schon mal eine linie angelegt die dann eben von naumburg bis zu groß hechtingen geht das ist sozusagen der bereich den ich jetzt in den nächsten tagen fertigstellen werde ich muss dann halt auch mal schauen inwieweit ich dann das stadtbild von groß hechtingen und naumburg ausbauen werde es darf auch nicht zu viel werden wie gesagt die performance wird schon strapaziert ich versuche das jetzt hier so punktuell über die fläche halt ein bisschen zu verteilen und muss dann mal sehen inwieweit das da halt gut funktioniert ich habe dann auch so ein paar standard busse erst mal nur auf die linie gepackt weil ich dann auch gemerkt habe beim durchscrollen okay ich habe zwar jetzt hier die flix busse und diese riesen ich weiß gar nicht wie man die alle nennt daher kenne ich mich gar nicht aus aber die erschienen mir dann auch ein stück weit zu groß für die überlandfahrt in so dörfchen und ja wenn jemand eine idee hat oder ein vorschlag welche busse ich hier auf die karte bringen kann und soll dann schreibt mir das gerne mal in die kommentare weil wie gesagt da habe ich noch gar nicht groß viel mit aktiviert da ich auch das bisher nicht so in angriff genommen habe eben so eine überland busse anzulegen ja vielleicht gibt es da irgendwie ein spezielles modell was nicht besonders gut eignet beziehungsweise was ich hier eben auf die karte bringen kann so dann kommen wir auch schon zum burgbau an sich da habe ich als allererstes das burgtor und die mauer platziert ich habe das ganze dann auch alles erstmal auf einer höhe gemacht um dann im nachhinein mit dem terra tool mir dort auch noch so ein paar steile hänge einzuziehen die dann bis an die burgmauer ran gehen das wird man jetzt hier auch gleich im video sehen also die bleibt an den stellen nicht so flach wie sie jetzt aussieht ja genau man sieht es jetzt halt ich wollte dann halt dort auch so ein steilhang haben den ich dann mit den steinen oder mit den felsen von guten ingo verkleiden kann so ein bisschen noch ausgestalten das macht sich dann immer gut wenn man das terra vorher schon so ein bisschen präpariert hat und so kann man dann halt an den steilen stellen dann das ganze einfach mit so ein paar steinen noch versehen und das ganze eben gut ausgestalten so dann habe ich hier als allererstes das ganze auch noch mit türmen versehen das ist ja die befestigungsmauer sozusagen die erste mauer und innen drin habe ich dann noch einen zweiten mauer ring mehr platziert das sozusagen wenn jetzt feinde gekommen wären früher erst mal die erste mauer überwunden werden werden müsste um überhaupt in den bereich der burg sozusagen zu kommen dazu habe ich dann hier auch noch mal so ein paar pforten angelegt das sind sozusagen damals die zoll pforte vielleicht gewesen wo dann sag ich mal die bauern vorbeigehen mussten um ihre waren innen drin verkaufen zu dürfen das ganze wird dann auch noch mal mit etwas kleineren türmen versehen um wirklich auf nummer sicher zu gehen dass eben die leute die sich in der burg innen drin befinden der könig und die prinzessin zum beispiel dass denen auch wirklich die sicherheit geboten wird und dass die eben hier nicht irgendwie gefahr laufen angegriffen zu werden entführt zu werden und so weiter was eben dann eben auch im mittelalter so vonstatten ging ja dann habe ich hier noch einen kleinen wanderweg nach unten gezogen der wird dann über den parkplatz erreichbar sein auch dort der führt einmal bis hoch zur burg man kann natürlich auch die befestigte straße gehen das ist dann den wanderer selbst überlassen ich denke im allgemeinen ist es ja auch erst mal nur so ein test sowohl von der burg als auch sag ich mal dem wandergebiet bzw dem waldgebiet das ist jetzt wie gesagt dass man nur so zum ausprobieren gewesen wie man vom aufbau her was machen kann und ich denke dass das in zukunft dann in dem bereich auch vermehrt ausgebaut werden wird gerade so wanderstrecken und wanderwege die ich dann hier noch mit anlegen kann denn auf der neuen strecke die dann sag ich mal hoch auf den berg geht von naumburg ausführend wird es dann wahrscheinlich auch vermehrt dazu kommen eben wanderwege angelegt zu werden bzw auch burgen und burgruinen also ich möchte auch auf die karte burgruinen bringen ja die so ein bisschen verfallen und lost place mäßig sind aber trotzdem noch ausflugsziel von wanderern sein werden das hat man ja in der realität auch hin und wieder das sag ich mal verlassene burgen bzw burgruinen gerne noch von wanderern angesteuert werden und so in der richtung soll das dann werden ja dann habe ich hier mir erst mal so eine art arkade geschaffen mit den brücken elementen und ich wollte dann da oben drüber sozusagen wohngebäude haben habe ich dann hier auch noch erst mal so ein bisschen rumprobiert das war aber dann auch noch nicht so optimal habe ich dann das ganze auch noch mal abgerissen und habe dann mit dem wohnhaus von der guten siri das ganze von angelegt ich wollte dann da auch das ganze mit einer treppe nach oben haben und eben noch mal wie so ein vor bei kong sage ich mal der dann da eben da noch mal sowie dran hängt da ich dann auch erst mal noch so ein bisschen rum getüftelt wie könnte ich das jetzt hier am besten machen wie sieht es am besten aus auch da ist das jetzt die version noch nicht final ich habe das ganze dann erst mal an der einen stelle noch ein bisschen breiter gemacht mit den bogen elementen und habe dann auch die treppe noch mal abgerissen weil mir die fläche oben noch nicht so 100 prozent zugesagt hatte habe das ganze dann so ein bisschen eingekürzt und dann ging es eigentlich schon ganz gut ja dann habe ich hier so ein bisschen dieses rustikale geländer genommen ich denke das passt ganz gut ist wahrscheinlich auch nachträglich erst hinzugefügt wurden denn damals wird es wahrscheinlich solche art von geländern nicht in jeder burg gegeben haben außer diese leute hatten einen sehr fortschrittlichen schmied dann könnte es natürlich sein aber im regelfall war das ja meistens eher so aus holz aber ich wollte das ganze hier mit dem alu also stahl geländer dort eben versehen weil es dann doch ganz gut von der optik halt auch dazu passt ja dann habe ich das ganze hier mit den neuen pflaster texturen bestrichen habe dann auch im nachhinein nochmal so ein paar grünflächen wieder geschaffen um dann dort auch noch mal so ein bisschen natur mit in die burg zu bringen ja auch hier kommen noch so ein paar bauern gebäude mit rein das sind im endeffekt die gebäude die zuständig sind wenn jetzt eine belagerung ist die dann trotzdem weiterhin für nahrung zum beispiel sorgen können da habe ich dann hier auch so ein kleinen kleines schäferareal noch platziert gegenüber so eine kleine obstplantage dass die leute trotzdem noch so die letzten notversorgung sich beschaffen können sollte die burg mal in die belagerung sollte die burg mal belagert werden von feinden dann ist ja auch das ganze ein bisschen noch begrünt wurden ein paar bäumchen platziert und büsche das macht sich dann da auch immer gut dass das halt nicht alles nur stein und beton das sage ich mal also mehr stein als beton aber das ist halt nicht so steril und alles gleich aussieht deswegen macht sich da auch immer so ein bisschen die die bäumchen machen sich da auch immer gut so jetzt sieht man das ja auch ich habe das ganze wie gesagt mit den stein oder fels mod von guten ingo ausgestaltet da lässt sich auf jeden fall durch die skalierung einiges machen man kann die bis zu 300 prozent größer machen die steine und kann dann dadurch sehr sehr schöne fels strukturen und steilkanten gestalten ich denke auch dass das nicht die letzte steil kann die hier sein wird ich werde auf jeden fall das ganze auch nochmal in einer etwas größeren form gestalten aber jetzt sieht man auch mal die rangehensweise wie ich das auch in dem letzten video von saleg gemacht habe also erst die steine platziert dann ein paar büsche und darüber dann punktuell nochmal verschiedene bäume ich habe dann dort auch die nadelbäume genommen die eben so ein bisschen der performance killer sind aber wenn man die die sage ich mal punktuell setzt geht es eigentlich ganz gut so und nachdem dann dass der bereich da so gefüllt war habe ich dann das ganze noch mal mit vereinzelten standard bäumen ausgemalt sozusagen das ist wie so ein bild was dann step by step entsteht und dann habe ich auch immer wieder nochmal von der zugstrecke geguckt wie sieht das ganze aus um dann eben auch noch mal so ein bisschen das ganze zu optimieren im vorderen bereich der burg war mir das dann auch so ein bisschen zu viel wald den habe ich dann auch erstmal weg retuschiert also beziehungsweise weg radiert mit dem radierer und dann eben dort so ein bisschen freifläche zu schaffen um den blick von der zugstrecke auf die burg eben etwas besser zu machen und habe dann hier einfach nochmal zwei verschiedene feldtexturen aufgepinselt und das ganze dann eben nochmal so ein bisschen von der fläche halt her besser einen blick einen besseren blick auf die burg eben zu schaffen auch hier wieder so ein paar obst bäume noch an den wegesrand platziert und wie gesagt so ein bisschen punktuell das ganze eben noch mit texturen versehen auch hier wird es dann habe ich dann auch erstmal noch eine andere texture verwendet das war mir dann auch ein bisschen zu viel das ganze habe ich dann auch wieder weg gemacht und dann sieht man auch dass ich da teilweise mit dunklen grünen und etwas helleren grünen sozusagen die wiesen hier gestalte das wirkt dann auch gleich ganz anders und kommt dann meistens auch immer richtig richtig gut am wegesrand dann auch noch mal so ein bisschen vegetation gerade die vegetations mod vom guten mariotator die texturen machen also es ist wirklich wahnsinn richtig gut wie gut das dann auch im endeffekt aussieht man hat dort auch gerade gesehen dass ich bei dem maisfeld das ganze nicht komplett zugemacht habe sondern dass da so kleine minimale freiflächen entstanden sind das ist in der natur ja teilweise auch so wenn das saatgut dort vielleicht nicht zu 100% ausgestreut wurde dass dann da auch teilweise lücken entstehen und das habe ich dann auch direkt so gelassen weil mir das halt ganz gut getaugt hat fand ich auf jeden fall ganz gut und dann habe ich hier wie gesagt einen bereich gestaltet den ich dann gerne eben als thumbnail beziehungsweise als artwork bild für steam benutzen wollte sind dort zwei reiter die dort eben kurz verweilen und dort im hintergrund eben die zugstrecke ist und in dem bereich den man dann dort zieht habe ich dann das ganze auch erst mal nur so über diese brücken damm bau abschnitt hier mit oberleitung versehen es ist dann auch ein ziemliches gefriebe teilweise ja es ist jetzt nicht ganz einfach von der hand ich habe dann auch beim näheren betrachten im nachhinein gesehen dass die oberleitungsmasten um einen millimeter versetzt sind man kann das ja über diese offset einstellungen auch haargenau platzieren ich habe das dann auch erst mal so gelassen weil man es von der distanz nicht sieht ob das jetzt dort in millimeter der strom ab dem man eben neben dem punkt von der oberleitung dann hängt also das hat darauf habe ich dann nicht geachtet was ich dann noch gemacht habe ich habe oben noch so gehwegplatten platziert dass dort auch wenn nötig die arbeiter dort vernünftig lang gehen können das ganze eben wie gesagt einfach ein bisschen breiter eingestellt es wirkt dann auch teilweise realistisch wenn unten das bogenelement etwas schmaler ist und die gehwegplatte oben etwas rüber ragt das ganze dann auch noch mal mit einem geländer versehen und so entsteht relativ schnell ein sehr sehr gutes bild ja dann sind wir auch schon am ende des videos jetzt laufen hier noch mal so ein paar bewegte bilder durch ich hoffe euch hat das video gefallen lasst mal ein like und ein kommentar da das macht er ja auch wirklich schon sehr sehr fleißig vielen dank auf jeden fall für die ganze konstruktive vorschläge hinweise tipps was ich besser machen kann das bringt mich auf jeden fall weiter ich hoffe ich habe das video wie gesagt gefallen wünsche euch noch einen schönen tag bis dahin bis zur nächsten folge und ja ahoi bis dahin 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 bis dah